Houston, Texas. Die Stadt ist einer der diversesten in Amerika. Latinos machen hier 37 Prozent aus, im Staat Texas sind es sogar noch etwas mehr. Nur Stunden vor dem Super Tuesday. Die Kandidaten der Demokraten versuchen in Houston noch Wähler zu überzeugen. Nur wer hier gut abschneidet, hat Chancen für die Demokraten nominiert zu werden und Trump herauszufordern. Und um hier zu gewinnen, führt kein Weg an der Latino-Community vorbei. Die Wahlkämpfer für Bernie Sanders treffen letzte Absprachen. Und dann geht's los. Laura Penarada zieht von Haus zu Haus. Sie hat in New York studiert. Ursprünglich kommt sie aus Kolumbien. Einen Nachbarschaft mit vielen Latinos aus der oberen Mittelschicht, große Autos und schicke Häuser. Ich fühle mich, dass es viele Mexikaner, die von uns leben, die von uns leben, die von uns leben. Die von uns leben, die von uns leben, die von uns leben, die von uns leben. Und um die von uns leben, die von uns leben, die von uns leben, die von uns leben, die von uns leben. Weil sie sagen, oh ja, mein Sohn ist ein großer Bernie-Supporter-Fan. Um die Latinos von Bernie Sanders zu überzeugen, kommt Laura rasch auf Themen zu sprechen, die Migranten besonders betreffen. Doch so divers die Stadt Houston ist, so vielfältig sind auch die Meinungen der Latinos zu den Kandidaten. Nicht alle Latinos sind automatisch für die Demokraten. Auch Mike Bloomberg hat in Houston seine Anhänger in der Latino-Community. Ein Mann, der sich in diesem Kandidaten befindet, wäre qualifiziert für das Land. Ich meine, was er gemacht hat für New York. Was er gemacht hat für New York? At einem Zeitpunkt hatten viele Mörder. Und als er das Stopp- und Frisch-Steal hat die Stadt verleuchtet. Einige Menschen denken, dass es etwas racisch war. Aber er hat die Mörder. Aber wenn das Problem war in einer Mörder-Community, er hat es gut gemacht, wenn er das gemacht hat. Und er hat die Stadt verleuchtet. Und diese Krise braucht mehr als einen Senator. Eine Wahlveranstaltung von Elizabeth Warren. Sie kämpft wie hier in Houston bis kurz vor der Abstimmung. Warten auf Joe Biden. Stunden vor der Schicksalswahl versucht er die Wählerinnen zu vereinen. zu vereinen im Kampf gegen den amtierenden Präsidenten. Und auch in seinem Wahlkampf spielen die Migranten eine tragende Rolle. Zurück bei Laura Penarada, die für Bernie Sanders von Tür zu Tür geht. Die Herkunft sei wichtig bei der Politisierung von Menschen mit Migrationshintergrund. A lot of the immigrants that have come to the US bring their politics from back home. In my case, I worked with agrarian unions in Colombia. It's not just agriculture, like the work that we do in Colombia against state violence is very similar to the work that Black Lives Matter does here against police brutality. So uniting these things, making them click, I think is something that also a lot of migrants have in common. Where they say, yeah, this exploitation is like the one back home. So we need to fight it here and we need to fight it there. Texas ist ein wichtiger Start am Super Tuesday. Wer hier gewinnt, hat gute Chancen, Trumps Herausforderer zu werden. Und Chancen hat hier nur, wer bei den Latinos punktet. Und Chancen hat hier nur, wer bei den meisten Menschen mit den Spaß macht. Der Punkt Steisch. Herr, ich bin die 1,080 Meter. Da, ich bin die 2,080 Meter. Der Punkt Steisch. Vielen Dank.